Die Anzeichen auf eine Romanze zwischen Let's Dance-Star Ekaterina Leonowa, 36, und ihrem Tanzpartner Timon Krause, 29, verdichten sich. Nun wurden die beiden in München gesichtet, Hand in Hand. Die gebürtige Russin und der Mentalist waren das Tuschelthema der 16. Staffel des beliebten RTL-Formats. Spätestens seit ihrer feurigen Rumba und dem Beinahe-Kurs in der vierten Entscheidungsshow begann die Gerüchteküche zu brodeln und kühlte auch bis heute nicht mehr ab. Hat das Versteckspiel bald ein Ende? Neue Fotos, die Bild vorliegen, zeigen Ekater und Timon beim gemeinsamen Spaziergang durch die Münchner Innenstadt. Die beiden Turteltauben wirken sehr vertraut miteinander und halten sogar Händchen. Gemeinsam sollen sie zuvor eine Wohnung im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg verlassen haben. Dort wohnt die Profitänzerin seit ihrem Umzug von Köln in die bayerische Landeshauptstadt im vergangenen Jahr. Wie das Blatt weiter berichtet, suchte das mutmaßliche Liebespar zunächst eine Postfiliale auf und kaufte anschließend in einem Supermarkt noch Getränke. Laut dem Medium soll sich der attraktive Lockenkopf bereits vor einigen Tagen in den vier Wänden der 36-jährigen Beauty einquartiert haben, auch schon über seinen Geburtstag am 20. Juni. Obwohl die beiden nach wie vor ein Geheimnis daraus machen, was da nun wirklich zwischen ihnen läuft, ist ihre Körpersprache ziemlich eindeutig. Angeblich befindet sich Ekaterina sogar bereits auf Jobsuche in Timons Heimatstadt Berlin. Am Freitag veröffentlichte die Profitänzerin zudem einen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal, der deutlich macht, wie happy die dreifache Let's Dance-Gewinnerin aktuell ist. Auf der Aufnahme, die bei einem Bootsausflug auf dem Starnberger See entstanden ist, posiert die 36-Jährige im Bikini und strahlt dabei über das ganze Gesicht.